Hier ein Typ vorbei, der hatte so eine große Plüschfigur, wahrscheinlich bei einer Losbude oder am Schießstand geschossen. Da geht es immer durch und durch. Ich hatte mal ein sehr, sehr tragisches Erlebnis gehabt. So eine Losbude, wo du so für 10 Euro 100 Dose kaufen kannst. Und ich hatte dann auch was gewonnen und ich habe dann zu der Frau gesagt, in der Kittelschürze, ich möchte gerne dieses trollige Tier hier vorne, was so ein bisschen komisch aussieht. Und was die total ausgerastet hat, hat gesagt, das ist mein Sohn, sie Ochse. Und dann kam der Mann um die Ecke und der fand das auch nicht gut. Und ich erinnere mich noch ganz genau, als mich dann die Johanniter in den Krankenwagen geschoben haben, was die Frau in der Kittelschürze hergerufen hat. Bye, bye, Baby. Bye, bye, Baby. Bye, bye, Baby. Die Küche Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.